Der wohnt hier. Okay Jungs, ich habe eine Frage an euch. Wollen wir Verstecken spielen? Weil wenn man ja sneakt, dann sieht man den Namen nicht. Das heißt, wir könnten jetzt irgendwo hinfliegen, wo eine Fläche ist. Wir müssten einen Sucher herausfinden. Alle verstecken sich da. Strong, strong. Aber da brauchen wir einen coolen Ort, wo schon viel gebaut ist. Wo, weißt du? Wir könnten Mad City nehmen. Ich finde Mad City ist scheiße. Lass uns lieber hier in Österreich machen, oder? Ja, oder im Shopping Distrikt. Mad City oder hier? Leute schreiben auch bei Max vielleicht. Ja, aber da ist ja ein riesen Loch, oder? Ja, true. Lass uns wirklich Shopping Distrikt machen. Da ist am meisten gebaut. Okay. So, okay. Let's go, let's go, let's go. Einfach Verstecken jetzt mit den Jungs. Rebi? Ja? Darf ich dir danach was zeigen? Ich habe meine Brustplatte gedroppt, ne doch nicht, was? Darf ich dir danach was zeigen? Okay. Können wir machen, ja. Okay. Ja, okay. Aber erstmal eine Runde verstecken ihr Spiel, oder? Ja, ja. Aber Sascha ist nicht da. Ne. Doch. Hallo. Okay, dann wer zählt und wer sucht? Aber was ist das Umkreis? Die ganze Insel? Stimmt, stimmt, stimmt. Ne. Die Insel ist aber riesig. Nein, nein, die ist viel zu groß. Ja, lass aber nur da, wo was gebaut ist. Okay, na. Okay, 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 okay. Ähm, mir, also wer, ich weiß nicht, wer will suchen? Darf ich suchen? Okay. Aber du suchst auch wirklich. Soll ich nicht suchen, Hugo? Ich suche. Na, ich suche. Sicher? Ja, du nicht. Ach so. Ach so, ja. Sascha, das ist sehr lieb von dir. Gut gedacht. Okay, stell mich hier in den Pilz zur Suche. Aber Sascha? Aber, ja? Also wenn du jetzt einfach wieder nach oben schickst, um dich zu verarschen, dann bin ich sauer. Nein, mach ich nicht. Sicher? Ja, sicher. Okay, ich zähle bis 30. Okay, okay. Nein, mehr. Länger, 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 länger. Aber darf man sich unter, also darf man Blöcke abbauen und sitzen? Nein, 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 nein. Darf man fliegen mit der Lytra? Okay, ich guck eine Minute. Nein, 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 nein. Quatsch, Quatsch. Nein, nur laufen. Darf man den Skin wechseln? Den Skin wechseln und so einen Stein-Skin machen und uns von Stein stellen? Ja, das so. Die Idee ist weg. Also man darf nur laufen. Okay. Nur laufen, okay. Nur laufen, keine Blöcke platzieren. Hat irgendjemand eine Idee von euch? Ich hab gar keine Idee. Er hört uns, wie wir weglaufen. Oh, scheiße. Er weiß, dass wir in welche Richtung wir laufen. Scheiße. Scheiße. Ey, was willst du? Du darfst nicht liegen, wo ich bin, Heiko. Bitte, Digga. Zählt das als Fliegen? Ja, ne. Sack Wasser? Das geht ja auch. Das ist so erlaubt. Oh nein. Oh nein. Die Zeit, die Zeit. Aber ist das auch ein Block? Egal, das ist ein gutes Versteck. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ja, die Frage ist, ob mein Versteck so legal ist. Da ist grad die Frage. Aber ich würd schon sagen. Obwohl, aber ne, eigentlich nicht. Soll ich nochmal um... Soll ich weggehen, Chat? Weil es ist schon unfair? Der? Der ist er, der ist er, der ist er. Twitch Prime ist kostenlos. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich aufhören. Man, aber niemals findet mich der hier. Ich sag, ich krieg immer Ende Anschiss, dass das kein erlaubtes Versteck war. Ich würd ehrlich kurz wechseln. Hat Hugo genau das gleiche? Oh, blocken die auf und sag so oft. Ne, das scheiße. Der findet dich nicht, weil da nichts gebaut wurde. Musst nochmal wechseln. Ne. Ich bin ja hinter dem Wasser gebaut drin. So, Hugo liegt auch so. Ja, okay. Hugo hat auch Elytra benutzt. Ach du grüne Neune. Ich hab mich verraten, das war's. Ja, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht zu unerlaubtes Versteck ist, wisst ihr? Weil wir haben gesagt, nicht fliegen, nichts platzieren. Hallo. War ich der Erste? Nein, der Zweite. Jawoll. Aber es war sehr schlecht. Es war sehr schlecht. Wait, Heiko weiß, wo ich bin. Geil, darf ich jetzt mitzuholen? Ja. Oh nein. For real. Ey, Karst, warte mal ganz kurz. Du warst vorhin hier, ne? Und man sieht deinen Namen. Wenn du nicht sneaks, sieht man den trotzdem. Ja. Ne, ne, ich lag hier unten drin. Aber wenn du unter einem Slap bist, sieht man den Namen trotzdem, ne? Jetzt aber mein Name. Ja, ja, du musst explizit nochmal draufdrücken. Bro, wie scheiße. Ja, das ist über dumm gemacht. Geil, 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 geil. Ich versteck mich nochmal neu. Nein. Sollen wir jetzt mitsuchen? Heiko weiß, wo ich bin. Keine Antwort. Na ja, dann. Okay. Sieht man deinen Namen nicht? Ne, ich sneak hier ab. Die müssen mich gesehen haben. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das so. Ich hab keinen Plan. Karst, was ist bei dir? Da muss doch... Wie kommt man denn da rein? Was machen die eigentlich? Wir spielen zu suchen und verstecken. Und ich hab ein geisteskrankes... Hugo moved auch. Place noch einen Blick über den Block und dann bau den unteren ab. Ne, weil man darf keine Blöcke placen. Ja, warum move'n die denn alle? Move'n ist doch voll OP, oder nicht? Ich guck' jetzt auf'm Handy, wo Hugo und so ist. Hugo ist irgendwo in ner Redstone Schaltung. Stege ist auf dem Karton. Hä, Stege kommt doch auch ohne zu bauen safe nie auf den Karton, oder? Hä, wie ist Stege auf den Karton gekommen? Ich hätte jemanden hochgebaut mit Blöcken. Okay, ich glaub' die haben ihn. Ja, Hugo ist so scharf. Hm. Ich wünschte, ich wusste... Ich wünschte, ich wusste... Ja, guck, hier stehe er sich safe hochgebaut. Weird Champ. Er hat ihn. Das Schaf ist aber wirklich gute Idee, weil das Schaf ist sau weit weg. Ich würde euch gern Revistream einblenden, aber... Wenn ich das machen will, muss ich ihn sneaken. Ach, der Toggle Sneaker. Ich hab' keine Ahnung, was das überhaupt ist und ich... äh... Also ich weiß schon, da bleibt man die ganze gesneakt, aber nö. Ich glaubte, wir schaffen dieses Jahr wieder null Tode, das wär' geil. Weil dann wären wir... Ich und... Wenn Spark auch wieder null Tode hat, dann wär' Spark und ich die ersten Leute in Craft Attack, die back to back null Tode haben. In... In Staffeln. Also hintereinander. Du hast Block platziert? Ne, ich schwöre, der Block hier war... Der Block hier war von Anfang an, als wir hier rein sind. Ich habe diesen Block hier nicht platziert. Der war hier. Könnt ihr Clip gucken? Der Block war wirklich hier. Ich hab' keine Blöcke benutzt. Der Block war hier. Ich hab' keinen einzigen Block platziert. Ich weiß auch nicht, warum der Kommission hier ist, aber der war da. Das einzige, was ich gemacht habe, ist das hier. Hier so. Und mit Wassereimer. Irgendwie sieht's so aus, als hätte er mich voll angeguckt. Oh mein Gott. Ja, was machen die jetzt? Haben die Hugo gefunden? Fahr der Tanne hoch. Fahr der Tanne hoch. Fahr der Tanne hoch. Fahr den Tanne hoch, fahr den Tanne hoch, fahr den Tanne hoch. Fäh den hoch, fäh den hoch! Nee? Aber Revie hat doch gesagt, er ist im Schaf. Aber Hugo, der liegt auch auf dem Bauch. Kann man auf dem Bauch liegen und ähm... sneaken inzwischen schon als ob da reinkommen war da ein block öffnung oder was koko wird bestochen warum schaui tschüss mein franz koko hat dich verraten mich woher will koko wissen wo ich bin außer der hat eine x-ray map hat gesagt pilze nah boh oh nee das war's hat aber huu wirklich blöcke platziert ich guck unter allen pilzen ja dann haben die soll ich zu hugo gehen ich weiß auch gar nicht ob man muhren darf ich habe kein blog platziert der war hier schon. Ich weiß ja nicht wie ich zu Hugo komme. Hugo hat Kies platziert. Macht mal einen Clip. Weil wenn das stimmt, dann habe ich gewonnen. Ist doch egal. Ne ist nicht egal. Man darf keine Blöcke platzieren. Man darf moven. Es ist nur ein Spaß. Hier geht es um Leben und Tod gerade. Ist er mit deinem Block? Der war hier schon. Ich schwöre der war hier. Ihr könnt gucken. Ich habe nur Wasser einmal bin hier reingeschwommen. Das war es. Der war hier. Warum auch immer unter einem Pilz der Cobblestone-Block. Genauso perfekt für ein Versteck ist, aber ich schwöre der war hier. Mod? Weißer? Hallo? Digga muss ich wirklich jetzt raus? Danke. Was für 600 Sekunden. Digga, permabat den. Schön, weißer. Na ja, die Regel war ja überall, wo gebaut wurde. Und hier wurde gebaut. Ich stehe sogar genau auf dem Block, auf dem gebaut wurde. Uru platziert Trapdoors, Kies und fliegt unter Hopper. Weird Champ. Das wäre im Hintergrund so eine geile und lustige Idee. Ich finde es auch sau witzig. Ich habe einfach ein Gemälde von Trimix bei mir. Boah, ich würde wirklich gerne zu... Heiko craft ab. Du darfst nicht vergessen, du hast auch Elytra geused. Aber das ist... Ha, er gibt auf. Heiko! Yo! Hä, du was? Komm mal kurz her. Was? Du hast hier den Block abgebaut einfach irgendwann mal. Ja. Digga, ich stand hier drauf. Der war hier schon geplaced. Weil hier jemand sein Grundstück abgesteckt hat. Ja, der ist halt der beste Sponsor. Weißt du, wo Hugo war? Durfte man Elytra lusen aber? Äh, ich glaube... Wenn nicht, habe ich Wasser geused. Hugo ist im Schaf. Oh. Oh, Bro, das war ja dann ein richtig gutes Versteck, hä? Krass. Mein Chat sagt, er hat Kies und Trapdoors platziert. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, das ist cheating. Ja, dann... Äh, nein, natürlich nicht. Mein... 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 Ding ist einfach gerade gepoppt. Mein... Toto wegen der... Hast du Blöcke platziert? Hast du geetet? Sogold. Natürlich hat der Blöcke platziert. Oha, das ist irgendwas. Hugo, komm raus hier. Okay, ich kann meine Lage erklären. Weird Champ. Nein, nein, nein. Du hast Blöcke platziert. Warte doch! Alter, okay. Wäge dich ab, Mann. Guck mal. Komm mal raus, bitte. Komm nicht da raus, ich schaff's nicht. Hast du jetzt Earnings eigentlich, Hugo? Nee, ich, weil er Blöcke platziert hat. Na, hab ich nicht. Natürlich. Wo warst du? Unter einem Pilz. Ja, weil man sieht sich doch, wenn du am Boden bist. Nee, da hat jemand sein Gründstück abgesteckt und da war ein Blöcke. Oh, Dinger, woher Hund. Ich kann's dir zeigen. Aber Hugo, hast du hinten das Grappel platziert in der Ecke? Ja, guck dir das mal. Ja, was, was bauch er denn jetzt, Alter? Alter, was brauchst du denn da? Was brauchst du denn alles? Ich hab nix platziert, kein Blöcke platziert. Ja, da bauen wir einen ganzen Grundstück hier, du loser. Ich baue hier Österreich. Ja, dann wohn doch da. Ich baue Österreich in der Schaltung. Dinger, ohne Scheiß. Lass mich doch erklären. Hier, nimm doch noch mehr Blöcke, oder brauchst du die noch? Hier, auf Kissenlager. Nimm doch alles, was wir haben. Lass mich doch erklären, Dinger. Bitte, lass mich erklären. Dann brennst du noch. Bitte, bitte, lass mich erklären. Warst du Spitzhacke, warst du Spitzhacke noch? Bitte, bitte, lass mich erklären, bitte. Aber du hast doch Blöcke platziert. Was musst du denn jetzt erklären? Aber du hast doch platziert die Blöcke. Bitte, alle ruhig sein, bitte, alle ruhig. Okay, passt auf. Er warst an, Mod. Ich hab's. Du hast Blöcke platziert. Nein, guck. Es ist, also, ich hab's zweimal geschafft, dass ich so stuck bleibe hier. Na? Ja. Aber dann bin ich auszusehen gefallen und wollte dann wieder hoch, also auszusehen Kies platziert. Das war da, das hast du gesehen da, ne? Ja, dann wollte ich wieder so machen und dann hatte ich keinen Punkt mehr. Die ganze Zeit, die Lüte, äh, äh. Ja, also hast du Blöcke platziert und hast gecheatet. Cool. Ja, aber es ist wirklich ohne Blöcke. Das ist deine Erklärung jetzt gewesen. Dafür waren wir leise. Ja. Also eigentlich hab ich dich sogar gefunden und damit hat Fabo gewonnen. Juhuuu, juhuuu. Yeah, Juhuuu. Junge, Sascha, wie hast du mich eigentlich gesehen? Fabo, Fabo, Fabo. Fabo ist der beste Verstechspieler. Hugo, jetzt war es schlecht. Ich glaub, ich hab so Elytra, ne? Hugo, mach ruhig. Ich weiß nicht, ich hab irgendwas nie, ich hab irgendwas nie gesehen. Ich war so, glaube, ja. Revi, soll ich dir den Pilz zeigen? Ich hab keinen Totem. Ey, lass, sollen wir uns das Mord treffen, der nächste, der will. Hat jemand noch einen Totem? Ich hab keins. Hier. Fabo, hast du noch eins? Ah, warte, ich zeig dir meinen Pilz, weil der ist OP gewesen. Der ist so verloren. Der ist halt mal, Bro. Äh, wo war'n der? Hier. Stimmt eigentlich. Ja, den hab ich nicht verloren. Revi, guck hier hinten. Ja. Hier, wo Hugo ist. Hier. Guck, der, der, ich schwöre, der Kopf ist unten wahr, weil jemand sein Grundstück abgesteckt hat und dann stand ich hier drauf. Bro, okay, smart. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal auch ohne Pilze, ehrlich. Ja, okay, dann lass das den Leuten sagen. Weil Pilze sind Minus. Es gibt eine neue Regel. Keine Pilze mehr. Keine Pilze. Ernsthaft? Isar? Zum Verstecken oder zum... Ey, ho, ho. Am liebensens. Gut gespielt aber. Aber Elytra darf man trotzdem noch? Nee, Elytra darf man vorher auch noch nicht. Ja, Elytra halt zum Sneaken so mäßig. Ich find's weniger, wenn wir verwenden wär cool. Heiko, danke für den Raid! Oh, kurz dringend Pause. Ey, was passiert hier? Yo, Heiko, danke, danke. Aber weirdchamp, dass du mein, dass du mein Block abgebaut hast. Aber ne, danke, Heiko, für den Raid, yo. Okay, geht's los? Ja, ganz kurz eben, das System zu missbrauchen. Ich muss es nachher noch mal im Craft-Tick-Discord offiziell zu schreiben. Ja, man sieht deinen Namen, natürlich. Das ist richtig scheiße. Egal, wir spielen hier nur versteckt. Wir wollen uns nicht tippen. Ja, aber andere da rauszulösen, ist scheiße, okay? Okay. Gut, danke. Hat das jemand gemacht? Nee, oder? Doch, Sticky. Achso, ich hab nichts gemacht. Ey, auf Fettsu. Achso, Sticky! Hast du Joe geholt? Mit Sticky, was soll das? Hast du Joe geholt? Ich war das wirklich nicht, oder? Ich war es auch nicht. Oh, es geht los! Eins, zwei, drei. Nee, zähl höher, du Hund. Wirk höher, du einzig. Aber safe. Du hast doch mitgut. Ich bin jetzt richtig scheiße. Ich bin jetzt richtig beschissen. Sechste sechsten Seite packt, wieder die Sekunden, zwei, 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 drei, zwei, zwei, ne neun, zwei, zwei, drei, zwei, drei, Ich komm, also ich komm nicht, aber komm. SUCHE, SIEMEI JUNGE! Feels invisible, man. Wo seid ihr? Mir ist so egal, ob ich Blocke abbauen darf oder nicht. Das war so. Nein, 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 du bist scheiße. Hä, ich laufe die ganze Zeit hinterher. Okay, versteck mich nochmal neu, okay? Wie hat er mich nicht gesehen? Wie hat er mich nicht gesehen? Echo. 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 Ihr müsst Echo sagen, wenn ich Echo sag. Echo. 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 Sag Echo zurück. Escho! Escho! Wir müssen Escho zurück sagen! Escho! Oh! Hallo, ich hab dich gefunden! Warum fliegst du denn? Darf ich nicht fliegen? Ich dachte, nein! Ja, aber wie bist du da hochgetan? Indem ich... Indem ich... Also ohne Raketen... Hast du Raketen benutzt oder nicht? Nein, 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 ohne! Achso, okay, dann bin ich still! Aber er hat vorn noch Raketen benutzt. Ist das dumm? Nee, ich weiß gar nicht genau, wie die Regeln sind. Ich glaube, ich... Muss man jetzt mit... Ich hab keine Ahnung... Boah, da drin ist ein übergeiles Versteck. Ich muss da reinfliegen. Ja, ich hab gewonnen. Das ist eine Etage? Nee, 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 nee! Guck mal! Hier unten kommt man hin, aber hier, das ist das Dach. Von dem da unten. Bischo! Er sagt, Y-104... Ja, nicht drunter! also ich habe safe call gewonnen könnt ihr also also wenn ich nicht gewinnen da muss jemand wie ich ein geisteskrankes versteck haben mein versteck ist wirklich gestört echo schade ich hab da unter dir zu machen und du dazwischen so ne das macht keinen sinn das passt schon jetzt passt das passt besser wie hier geht es nicht finanzamt ich muss aber auf klo welches gebaut also klim joe macht total sneak rein options controls aber zu riskant mich zu entsneaklen ich habe eine wasserflasche warte wenn ich die hinlege das deckt zu weit oben handy ja natürlich mehrere tassen finanzamt ich sag dieses barrel wird bis ende von kraft attack genau hier so stehen bleiben mal tts billiger und spotify song request rein nee tts soll ehrlich gesagt nicht so gespamt werden deswegen eigentlich passt das so und spotify song request glaube ich machen wir ehrlich bald mal wieder über kanalpunkte weil über discord ist eigentlich schwanz aber nicht jetzt wir morgen deine golem kette bei golem cool und geld ausgeben das ist smart nee chat ich warte euch auch schon seit einer woche auf so kosmetik werbung für den stream so einblendungen hier oder hier unten aber passiert irgendwie nix lol suchst du noch Junge dieses dork looking ding ist im auto so geil finanzamt 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 finanzieren das amt das amt das finanzieren tut das amt das dir das geld aus den taschen zieht finanzierungsamt ECHO ihr müsst ECHO sagen ECHO 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 Da Fabo sag nochmal ECHO ECHO Da Fabo Bin ich der letzte? Ja Ja Das ist ein prank glaube ich Fabo ECHO 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 du musst sagen Fabo du musst Hilfe Hilfe was muss ich machen Hilfe Was muss ich machen? Gegen die wand fliegen und runter schauen und dann Was Was Ah wie schwer DINGER ECHO Fabo Fabo Finanzamt Finanzamt Finanz Shank FinanzFabo ECo ECKO ECHO ECKO Finanz一些 Finanzamt 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 Fabo. Finanzamt. Fabo, du musst Echo sagen. Echo. Okay, du bist erst unten, erst unten. Finanzamt, Fabo. Das ist auch am Boden. Ja, Fabo, gib mal bitte Tipp. Finanzamt. Fabo, Echo. Echo. Nein, der macht, oh, der trickst uns. Glaubst du, der trickst uns? Stig, hast du ihn? Ich weiß noch nicht. Finanzamt, Fabo. Finanzamt. Wer ist denn überhaupt noch da? Finanzamt Krefeld. Echo. Echo. Hast du ihn, Rewe? Ich hab der Airfo noch gar nicht. Such mal den, geh mal weg hier. Fabo, ich hab mir diesen scheiß Trap-Dos irgendwo hochgekleimt, der Penner, ne? Wie geil ist das? Nee, hab ich ehrlich nicht. Nein, nein. Aber ich hab hier auch Trap-Dos. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich komm da nicht hin. Wo ist er denn genau? Hier, hier auf so einer ekligen Zwischenetage. Finanzamt, Finanzamt. Aber auf den bin ich eigentlich auch die ganze Zeit. Nee, der ist hier auf der Finanzamtetage. Ey, wer hat die Steuern gemacht? Unter ihm nicht. Hugo? Fabo, Finanzamt? Fabo? Finanzamt? Hä? Hä? Der Scheiß-Mazidi, Alter, der ist in meinem Kopf. Der ist hier drin. Ich flieg grad mit Cam-Account rum, ich bin gar nicht hier. Nee, der ist dich nicht. Oh, Hugo ist da, pass auf, Fabo. Finanzamt? Echo. Echo! Nein, Fabo, gib mal bitte irgendwie hin. Such er vor, Alter, gib mal weg hier. Ja, ich such den, aber der sagt nicht Echo, der schummelt. WeirdChimp. WeirdChimp, Andy. Da ist er! Erfur, Echo! Erfur, du musst Echo sagen. Echo! Okay. Hast du Rakete benutzt dafür? Nee. Dann weiß ich, wo du bist. Im Finanzamt. Ey, Joe Craft, geh weg, bitte. Joe Craft, Joe! Hä, wo sind die hier? Finanzamt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Lauf mal hier runter, Bro. Schnell Rüstung aus, warum? Ja, weil ich nicht zeigen können. Du musst, du musst das sein, ne? Ja. Überall drähe der einfach. Warum Rüstung aus? Ja, wie bist du denn da hin gehören? Ich weiß gar nicht. Joe Craft, das wird's doch noch nicht. Was? Ach so, wegen Enchantment? Ja, ja, ja. Ich weiß, du bist in der TP. Ja, aber mein roter Skin ist auch nicht so unauffällig. Jetzt hat er hier in so einem Fall gehabt. Aber das stimmt eigentlich schon, ne? Ja, ich finde der ja niemals einen. Wow, 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 wow. Ne, ich bleib hier. Das haben die so krass gebaut. Die können mich eh gar nicht sehen, Chat. Er ist so erschrocken gerade. Hat er ihn? Ja, eigentlich ausziehen wäre smarter. Gebe ich zu. Aber ich will nicht. Am Ende, wenn die mich finden, hauen die mich fünfmal mit dem Schwert an und dann bin ich tot. Er ist da tot, ne, super. Finanzamt. Hey, Joe. Digga, ich hab ihn auch gefunden, Hugo. Das ist wieder zu bad. Ich hab ihn gesehen. Du musst mir helfen. Ja, hier ist er, Digga. So. Ha, 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 ha. Finanzamt. Ha, ha, ha. Halt's Maul. Finanzamt. Digga, wo bist du hier, du Penner? Über 50% steuern. Über 50% steuern. Ja, Erfo, du, äh, ich hab keinen Unfallschwanz. Was? Wie kommt man hier raus? Echo. Echo. Wie kommt man hier raus? Hilfe. Blöke yba. Noo. Digga, Fabo. Wo bist du? Euch nicht. Warte, ich war, äh, ich hätte zwei Verstecke. Ja hä, aber warte mal, ist Pfarrer nicht der Letzte? Finanzamt! 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 Hey, wo? Finanzamt! Du bist hier hingekommen! So wie du grad, hä? Hä, du hast abgebaut! Nein! Doch hast du! Elytra! Elytra! So wie Stegi hier mit Elytra! Achso! Ich war da wo Sascha! Ich war da wo Sascha ist! Hier warst du Bro! Ich war da wo Sascha war und bin dann weiter geflogen, weil wir zu viel Platz hatten! Elytra Farber du nimmst Kindergeburtstage zu ernst, merkst du das eigentlich? Finanzamt! Gibt es hier noch einen oder war es das? Ja wir können Jokers suchen! Lass Jokers einfach hinrichten! Ja! Hey hier ist ein Golem! Du importierst ihn und dann richtest du ihn hin! Okay darf ich? Ja darfst du! Ja! Ich sag du traust dich nicht! Ey Chat wir haben zweimal hintereinander gewonnen! Ich bin der Versteckmeister! Das traute sich nicht! Niemals! Aber das war krass da oben! Das war krass! Er würde alles machen aber das nicht! Das war krass! Das war krass! GGs! bzw.